So, soll ich dir nochmal zeigen? Ja, pass auf, Achtung, jetzt kommt so wieder die Knistertüte. Gucke, Knistertüte. Ja prima, ist nicht schlimm, ne? Nein, ist gar nicht schlimm. Komm wieder her, guck zu dir an. Knistert, 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 knistert. Das siehst du? Ja prima, jetzt geh mal selber ran. Gut, alles okay? Ja? Siehst du, hast du wieder was gelernt? Knistertüte, knistert, knistert. Hör auf, ich kann noch ein bisschen mehr Kraft machen. Okay, nochmal herkommen. Komm gucken, schnell schnell. Prima. Gut, erledigt, ja? Ja, hör auf, du siehst. Also prima gemacht, jawohl. So, jetzt kennst du auch Knistertüte. Genau, guck sie dir an. Ja, siehst du. Gut. Ja, wieder kleine Morgenlektion und tschüss.